Weißt du, wieso ich lachen muss? Lüge mich nicht an, du warst bei Penny. Ja, warum weißt du das? Ich hab so lachen. Wieso? Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch verteilt über zwei Tage mit. Wundert euch nicht, dieses Band, das ist aber ein dünnes Band, das habe ich selbst gehäkelt. Das trage ich ziemlich gerne. Das habe ich aber jetzt nicht an, weil ich es so gerne trage. Darfst du machen, ja. Ein bisschen Labello. Hast du schon? Sehr gut. Ich bin ein bisschen erkältet und ich mag das dann, wenn ich sowas auf die Ohren habe, weil ich bekomme auch schnell eine Entzündung. Ich bin da echt sehr empfindlich und deswegen dachte ich mir, jetzt wo wir rausgehen, ziehst du dir dieses Band an. Wir fahren jetzt gleich einmal zum Kaufland, denn ich habe morgen Geburtstag. Allerdings kommt dieses Video erst am Freitag. Wir haben heute Mittwoch, ich habe Donnerstag, also morgen am 2. 9. Geburtstag und wir gehen eine Torte kaufen. Genau. Ihr wisst es mittlerweile, Geburtstag und so, das ist überhaupt nicht meins. Wir gehen jetzt eine Torte, ja, aber kommt mit, wir gehen eine Torte kaufen oder einen Kuchen. Aber ich tue es für die Kinder. Also ich, ähm, ich werde 32 und, ähm, der 30ste, nee, morgen. Und der 30ste war schon schlimm, der 31ste war genauso schlimm. Und diesmal, ja, ich tue es für die Kinder. Die Kinder haben da sehr viel Spaß dran. Das heißt, die Kinder dürfen aussuchen, welche Torte wir nehmen. Und ich werde gucken, dass wir morgens so ein bisschen feiern. Ähm, aber wie gesagt, ich mache das alles für die Kinder. Ich wollte da noch was aufbauen, wollte ich jetzt nicht so sagen vor denen. Also ich überrasche die Kinder und ich die Kinder mich. Wobei, die Kinder, total süß, die saßen vor mir am Tisch und meinten nur, Mama, bleib weg, du darfst nicht kommen. Ja, was ist denn jetzt los? Wir malen was für dich, für ein Geburtstaggeschenk. Du hast ein bisschen Geschenkpapier. Und dann habe ich ein bisschen Geschenkpapier geholt. Und schaut mal. Und das haben sie alleine gemacht. Ich gucke nicht, ich zeige nur so. So, ich schaue das aus. Auf der anderen Seite dann so. Richtig süß. Wisst ihr denn, wer, welcher von wem ist? Ja, Schatz? Luisas war. Der untere Schatz war da. Sehr gut, denn die Luisa nehmen wir mit. Und Mama setzt euch jetzt ins Auto, ja. Der Carlos, der kommt gleich mit dem Fahrrad. Oder auch jetzt. Ich glaube, der Papa ist jetzt da. So, Kinder, komm, wir gehen ins Auto. Nee, ist abgeschlossen. Und dann nehmen wir euch auch live mit. Wir nehmen zwei Wagen mit, wie immer. Kennt ihr bereits. Ja, dann holen wir noch die Pfandflaschen. Wir warten. So, wir sind hier bei den Torten. Wie bitte? Aber ganz viel leer. Ja, hier sind auch Kinder. Wir gucken mal, wofür die Kinder sich ausentscheiden. Wir haben einmal Trauben. Wir haben Reis. Bananen. Wassermelone. Magel-Pfeffersauce. Toastbrot. Und einmal von Ferdi-Fuchs Geflügel-Mini-Würstchen. So, und jetzt gucken wir, welche wir nehmen. Also, die Kinder wollten auch unbedingt bunte Eier haben. Wir haben jetzt, ja, halt gut, für Essens fällt das gleich. Wir haben uns jetzt für die Oreo-Torte entschieden. Die Kinder, die essen total gerne die Kekse. Ich mag die Kekse, so wie die Torte auch. Ich habe die auch schon öfters selbst gemacht. Nun wollte ich mir jetzt nicht die Arbeit machen. Die Kinder kennen sie noch nicht. Was haben wir noch nicht gezeigt? Ach so, Esspapier und Lollis hatten wir doch noch. Ach so, Milch haben wir geholt. Und hier solche rote Kirchen-Lollis. Die mochte ich früher sehr, sehr gerne. Genau, die durften auch nicht. Wassermelone haben wir, glaube ich, schon gezeigt, Janu. Nee. Ach so, und Carlos ist noch Brot holen gegangen. Ja, genau. Das ist einfach, ja. Ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich werde heute nicht mehr viel filmen. Denn morgen passiert hier auch noch einiges. Ich gucke gerade hier irgendein, ja, es musste ja der letzte sein, irgendein Reifen. Also, Bremse war fest. So, die Kinder, die warten hier schon in meinem Zimmer. Und zwar habe ich zwei Luftballons rausgesucht mit Zahlen. Und diese machen wir jetzt, ja? Die habe ich bei Action gekauft. Habt ihr sicher gestern gesehen, ne? Die zwei und die drei. Ich werde 23. Nein. Leider nein. 32. Komm, Kinder, setz euch dann da drauf. Ihr dürft doch ruhig auf Mamas Bett. Dann machen wir das zusammen. Man muss gucken, wie das funktioniert, ne? So, zeigen wir euch auch gleich gerne, wenn wir fertig sind. Da sind die Ballons. Oh, ziemlich krumm, ne? Nö. Na ja, passt schon. So, dann beende ich jetzt hier das Video für heute und nehme euch morgen weiter mit. Hallo ihr Lieben, wir haben Donnerstag und ich habe Geburtstag. Ich zeige euch eben, was ich anhabe. Und dann zeige ich es, wie es jetzt gerade ausschaut. Denn ich habe noch ein bisschen was vor. Ich habe einmal dieses bequeme Kleid an. Das ist von Chiquelle. Und ich trage das wirklich sehr, sehr gerne. Das schaut so aus. Da drauf habe ich... Was ist denn da los? Also, wenn man Kinder hat, ne? Die Spiegel sind alle schmutzig. Ich pulse diesen Spiegel täglich. Und manchmal sogar zweimal. Das ist unfassbar. Okay, also. Kleid habe ich an. Und meine Schuhe, die sind von Chiquelle. So, der Giano, der steht hier schon. Denn, was willst du machen? Er wartet schon die ganze Zeit darauf, dass wir die Hüftbotschäufe haben. Und zwar, gestern Abend haben wir ja noch ein bisschen was gemacht. Wir haben die Hüftburg geholt. Dieses Gerät dafür, damit das die Luft da rein macht. Ein paar Sachen aufgerollt. Was macht ihr beide? Oh mein Gott, jetzt bringt das Gerät hin. Das ist richtig schwer, Kinder. Genau, direkt mal ablegen. Gut. Das solltet ihr aber eigentlich nicht selbst machen. Das ist schon sehr, sehr schwer. Ich zeige euch das mal. So schaut das aus. Was ist das? Das An- und Ausknopf. Das lässt du aber jetzt so, ne? Also hier schaut die Ecke so aus. Sonst ist der ja immer, also der, ähm, die Couch ist ja sonst immer hier so zum Fernsehen. Damit wir einfach ein bisschen mehr Platz haben. Damit die Luise sich da reinsetzen kann. Und das Ganze auch, äh, das ganze Gehirn mitbekommt. Hier, ja, habe ich noch nicht viel gemacht. Das schaut jetzt einfach hier erst mal so aus. Das muss weg. Die Milch kommt weg. Ähm, Kuchen. Genau, die Torte, die habt ihr ja gestern gesehen von Oreo. Die kommt auf den Tisch. Dann wollten die Kinder unbedingt Wassermelone haben. Das machen wir auch gleich. Und die Seite sieht so aus. Das kommt gleich weg. Und hier kommt dann die Hüpfburg hin. Und die Kinder, die freuen sich übelst. So, und jetzt holen wir die. Ja, der Carlos, der hatte die hinter der Gardine versteckt. Im Schlafzimmer. Von wegen, hier kommt niemand. War auch so meine Idee. Äh, nee, hat nicht geklappt. Die Kinder haben es direkt gesehen. Wartet, das kriegt ihr nicht hoch. Das ist so schwer. Oh mein Gott. Oh Mann, oh Mann. Du hilfst mir dann einmal abstellen. So, da liegt das gute Ding. Dann wollen wir das mal einmal auspacken. Ich mach es. Du machst das. Können wir alle zusammen machen. So, und jetzt? So schaut es jetzt aus. Wir haben da alles weggeräumt, was da noch eben lag. Und, um. Ja, die Hüpfburg, die kennt ihr ja bereits, ne? Die hatten wir. Wann hatten wir die auch? Janes Geburtstag, Medinas Geburtstag, ne? Genau. Und am liebsten hätten wir die auch draußen aufgebaut. Aber, ich weiß nicht so recht. Also, es sieht gut aus. So ist es nicht. Ist nur blöd, äh, falls es dann anfängt zu regnen oder so. Ja, ich dachte mir, komm, machen wir das hier drinnen, dann wird es auch nicht schmutzig und gut ist. Oh Mann, ich helfe euch. Also, so schaut das Ganze aus. Ihr seht schon, ne? Das nimmt verdammt viel Platz ein. Ja. So schaut es jetzt hier aus. Das geht gleich ganz, ganz schnell. Aber für alle, die es nicht kennen, dann machen wir das gleich zusammen. Das geht in ein paar Sekunden. Und dann ist das Ding aufgebaut. Wirklich, das ist heftig. Ihr Lieben, dann werde ich jetzt einmal Wassermelonen schneiden. Und dann muss ich auch den Kuchen aus dem Kühlschrank holen. So, einmal auspacken. Der Carlos, der kommt gleich nach Hause. Eine gute Stunde noch. Ja, Luisa. Die kommt natürlich mit Mama mit. Und dann stellen wir die Kamera einmal hier ab. Also, die Wassermelone, die hattet ihr ja gesehen. Das war ja so eine Mini, ne? Die wir eingekauft hatten gestern, heute im Video. Genau, ich wollte die Kamera ein bisschen höher stellen. Hier sieht mich ja gar nicht so richtig. So vielleicht. Mal gucken, wie diese ist. Ich habe gar nicht geschaut, woher die kommen. Bio sehe ich gerade. aus Spanien. Was ist, Schatz? Wolltest du gucken, Kar? Kannst du? Willst du hier nehmen, ich? Dann komm. Mimina ist gerade hier. Wollen Sie gucken? Du siehst das doch, Giano. Dann schneiden wir mal einmal auf. Die ist richtig mini, ne? Eine Babywassermelone. Ob die gut ist, das sehen wir jetzt. Tada! Oh mein Gott! Die riecht gut aus. Mhh! Die riecht auch sehr lecker. Schaut mal, die sieht richtig toll aus. Mann, haben wir heute ein Glück. Das Wetter stürmt, das Wetter stürmt, die Wassermelone stürmt und bis jetzt sehe ich auch noch keinen einzigen Kern. Nee. Das ist meine Menschen. Das ist deine? Darfst du die gleich nehmen, ja? Ja, hat alle, haben die Menschen da die Kerne rausgemacht. Nee, die kannst du doch nicht so rausnehmen. Der Giano, so süß. Sollen wir die so in der Mitte, also nur so einen Riss machen? Nein, so lassen lieber? Oder soll man beides mal? Dann kann jeder für sich entscheiden, wie er möchte. Geht auch, ne? Du meinst aber einfach so, die du geschnitten hast. Geschnitten hast, okay. Die du alle so bist. Einfach so, alle. Ja. Ich finde, wenn man die nochmal so halbiert, dann kann man die ja nochmal ein bisschen... Hier sind ein paar Kern. Nee, das ist ganz minimal. Die sind so hell. Melina, so fällt es, wenn du an der Waschmaschine ziehst. Das ist ganz gefährlich, denn die hängt sich hier wie ein Äpfchen. So, machen wir nur die Hälfte? Oder alles? Alles. Alles? Ja. Ja. Die Hälfte? Dann machen wir die andere Hälfte morgen, ne? Die sieht wirklich sehr gut aus, ne? Ihr habt ja gesehen, wir haben die bei Kaufland gekauft gestern. So, Mama legt das aber hier so drauf. Jetzt kommen hier noch zwei kleinere. Oder Mama macht das so. Ich schneide die mir ja am liebsten immer so in kleine Stücke. Also entnehme die Schale. Entspricht so. Und schneide mir das dann in kleine Stücke und esse die dann so. So, jetzt könnt ihr von hier mal ein bisschen probieren. Dann tun wir die Hälfte weg. Und der Rest, der kommt auf den Tisch. So schaut es jetzt aus richtig gut. Ich dachte, der Papa kommt. Können Sie mich heute Abend mit Carlos ein bisschen Zeit verbringen. Und wir hatten überlegt, essen zu gehen, ja? Sie hat gefragt, ob ich, ja, mit Carlos essen gehen möchte oder ist egal wohin, ne? Irgendwie Zeit zusammen verbringen, mal Wellness oder sowas. Was wir auch, was wir auch sehr, sehr gerne mögen. Da habe ich übrigens auch ein Kutschein heute erhalten. Mami! Und ja, einfach ablegen. Ja. Einfach daneben. Und ja, wir haben uns überlegt, dass wir essen gehen. Und ich habe gesagt, nein, du brauchst nicht auf die Kinder aufpassen. Ja, wieso? Geburtstag ist ja auch nur einmal im Jahr. Gönn doch mal, mach doch mal. Weil, ähm, Leute, ihr werdet mich wahrscheinlich gar nicht verstehen. Ich bin eine Mama, die, wenn ich meine Kinder abgebe, geht es mir nicht gut. Weil, also, ich weiß, die in guten Händen sind. So ist das nicht. Aber allein zu wissen, ich gehe lecker essen und meine Kinder kommen nicht mit, dürfen nicht lecker essen. Weiß ich nicht. Ich kann mit dem Gefühl nicht. Versteht ihr? Ja, Kinder? Ja, wir machen das gleich mal an, dann zu Probe kurz, ja? Da wollten wir aber noch ein paar Sachen machen und dann machen wir es richtig an. Weil das ist ja richtig laut, okay? Das machen wir gleich zusammen. Ich bin ja so, also, wenn ich weggehe, äh, vor allem an besonderen Tagen, ich will meinen Geburtstag mit meinen Kinder verbringen. Und der Rest ist ja völlig egal. Ähm, verstehe, was ich meine? Also, für mich gibt es nichts Schöneres, als sie mit der Familie zu sein. Weil mit der Familie essen zu gehen, mit der Familie, weiß ich nicht was, ähm, My Wellness ist ja jetzt nicht möglich, ne? Das ist ja schon so eine Sache, die kann man nur zu zweit machen. Und das mache ich auch schon mal gerne. Aber wenn ich lecker essen gehe, dann, äh, nehme ich meine Kinder mit, weil ich die da mitnehmen kann. Und wenn ich das kann, dann mache ich das auch, ne? Das ist mir total wichtig, also, ähm, bin so, weiß nicht. Andere Mami würden sich vielleicht freuen. Ähm, und ich sollte mich darüber vielleicht auch freuen, weil wir ja sonst wirklich niemanden haben. Und ich selbst, also immer mit den Kindern bin. Aber ich glaube, das ist schon Gewohnheit. Wir sind so ein gutes Team. Also, ähm, wir brauchen da auch niemanden, ne? Ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen nie, aber, äh, versteht ihr, was ich meine? An so einem Tag, wo ich dann lecker essen gehe, wenn ich die Kinder mitnehmen darf, dann kann, dann, dann natürlich, ja, mache ich das auch, ne? Genau. Deswegen, ja, wir nehmen euch so über den Tag wieder ein bisschen so mit. Und abends dann nicht mehr. Dann möchte ich dann halt meine Familie alleine sein, ohne Kamera und alles. Und, ähm, ich freue mich einfach, mit denen allen zusammen zu sein. Und, ähm, die Kinder haben für mich ein Geschenk gemacht. Das haben sie eingepackt. Darf ich das hier auf den Tisch legen? Mein Geschenk! Ihr habt doch ein Geschenk für mich! Das hat ich euch gezeigt, ne? Das hat sie so selbst, ähm, eingepackt. Das war sich so schön, wie Giano mir Lina geholfen hat. Und da kamen wohl noch zwei Bilder dazu. Guck da am besten nicht drauf. Wie wirst du, liebe Mama? Und heute Morgen, oh mein Gott, da kamen sie nämlich genauso in meinem Zimmer und waren singen. Und mir kamen schon fast die Tränen. Also, das war irgendwie, der Tag war einfach, ähm, gerettet. Du bist süß! Du bist süß! Und dann sagten sie, Mama, was ist das da hinter der Gardine? Ich seh was blaues, das ist die Hüftburg. Ja, und dann war es, ja, trotzdem eine Überraschung, ne? Aber, äh, sie wussten es. Und eben haben wir Fotos gemacht. Der Giano hat mich fotografiert. Das kann er sehr gut. Ich würde fast sagen, besser wie Carlos. So, dann weiter geht's. Ihr Lieben, bevor wir jetzt die Torte noch rausholen, auspacken, wir machen jetzt einmal die Hüftburg an. Und, ähm, dann gehen die Kinder kurz drauf. Nur damit wir sehen, ob das jetzt hier richtig ist. Also ist, wo es sein soll. Wird die ganze Luftballons runtergeworfen, Kinder. So, der Giano darf dann gleich drücken. Ich drehe einmal die Kamera drauf. Und dann geht's auch schon los. Das geht nicht. Ja, das geht. Es wird laut. Ja, wie die Milina sich freut. Die Brete am Rad sieht gerne aus. Schaut mal, wie schnell das geht. Yay! Boom! Und fertig! Die haben Spaß. Die zwei Verrückten, oh mein Gott. Und die Luisa, schaut sie eigentlich dahin? Ja, die Luisa, die schaut zur Wand, ne? Die checkt noch gar nichts. Guck mal, du Schatz. Jetzt guckt sie. Wow. Vorsichtig, ne? Ich möchte nicht, dass ihr euch da verletzt. Richtig cool. Die haben Spaß. So, ähm, siehst du, wir können das noch ein bisschen verschieben zu der Seite, zur Wand. Das werden wir jetzt machen. Das geht, glaube ich, besser, wenn die Luft raus ist. Und dann holen wir die Torte raus. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich gerade verstehen könnt. Deswegen, ich mach kurz mal aus. Und so schaut die Torte aus. Das muss man noch abmachen. Wolltest du das nicht machen, Giano? Nein. Du, Moment, Mama macht nur hier den Anfang. Einmal Vorsicht abziehen, ja? Und dann darfst du das machen. Das ist ja in der Mitte. Hm? Da ist hier die Mitte. Da ist die Mitte, ja. Von beiden Seiten einmal. Das ist ein komplettes. Ja, ein oder so. Mach, wie du willst. So, das kommt in den Müll. Willst du das machen oder soll ich das machen? So. Wupp, loslassen. Da hat sich noch jemand eingeladen. Eine krasse Pfanne. Mhm. Die ist aber groß. Was derselbe ist von letztes Mal? Nee, lass zu, Schatz. Soll nicht reinhüpfen. Doch, der soll rein. Der soll reinkommen? Mhm. Mit auf die Hüpfburg? Mhm. Die Kinder, die ziehen sich gerade die Schuhe an. Ja. Die Jacke braucht. Die Jacke brauchst du nicht, aber eine Käppi. Guck mal da in der Ecke. Es ist richtig tolles Wetter. Ja, gehen wir eben raus. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und von dem war ich auch schon draußen gewesen. Allerdings hatte ich was Langarmiges. Aber sehr dünn. Richtig angenehm. Wie schön. Sonne scheint. Richtig toll. Wenn das Wasser jetzt nicht coolen wäre, dann würde ich auch noch da reinhüpfen. Das war nicht mal so viel drin. Ja. Ach, ihr seid euch ja auch nur am Zanken. Dann fahrt ein bisschen rum. Papa müsste auch jeden Moment kommen. Vielleicht seht ihr den ja gleich da vorne. Was denn? Das ist Licht. Das wird von deinen, ähm, von den Perlen an deinem T-Shirt geblendet. Soll ich hier Platz machen? Nee. Ja, das könnt ihr jetzt machen. Vorher ging das nicht, ne? Als Lavendel da war, konnten die da nicht so rumfahren. Was soll ich machen? Das sind doch gar keine Bienen mehr, Schatz. Wie glücklich die Kinder waren. So? Gut. Käppi auflassen. Die Luisa schiebe ich mal ein bisschen hier vorne hin. Mädels, ich musste gerade alleine lachen. Ich muss euch was erzählen. Und zwar, mein Handy hat Carlos verraten. Und zwar, er hat wohl... Um 15.59 Uhr war er wohl bei Penny. Ich komme sofort, Schatz. Denn mein Handy hat dringend gemacht. Schau mir, was ist das? Habe ich nachgeschaut. Ich gucke ja immer wieder mal in meinem E-Mails. Und in meinem E-Mail stand, äh, Paypack-Service. Ähm, dein Neue-Punkte-Stand so, hä? Ich war doch gerade gar nicht einkaufen. Okay, Carlos war wohl bei Penny. Und ich kann natürlich auch sehen, wie viel er eingekauft hat. Und wie viele er, ähm, Punkte erhalten hat. Also drei Punkte. Das heißt, mindestens, ja, sechs, sieben Euro. Was hat er ausgegeben? Oh Mann, ey. Weil ich dachte mir gerade, wo bleibt denn der Carlos? Sagt mir nicht, der geht jetzt doch noch eine Kleinigkeit holen, ne? Weil er muss mir ja nichts kaufen, ne? Ich hatte ja gesagt, okay, dann bestelle ich was. Also er hat gesagt, ich soll das machen. Und ich hatte mir ein paar Sachen bestellt. Beziehungsweise will noch ein Teil bestellen. Das haben wir ja, wollen wir nach dem Urlaub machen. Weil wir ja dann nicht zu Hause sind. Und ich weiß ja nicht, kommt das denn jetzt vorher oder nicht. Und deswegen dachten wir uns, okay, nach dem Urlaub. Und jetzt dachte ich mir nur, hä, wo bleibt denn der Carlos? Schaust mal auf dein Handy. Und in dem Moment höre ich nur dringend. Und ich denke mir, oh, was ist das? Dann stand da ein neuer Punktestand. Und ich so, okay, er war einkaufen. Bei Penny. Gleich, wenn er reinkommt, sage ich, Baby, ich weiß, wo du warst. Irgendwie finde ich den Gedanke gerade total lustig. Hab dich bei Penny gesehen. Oh Mann. Der müsste aber jetzt in jedem Moment kommen. Also, wie viel haben wir jetzt? Wann hat er bezahlt? Ist echt krass, dass man das sehen kann, ne? Vor vier Minuten hat er bezahlt. Oh mein Gott. Er denkt sich, was bist du denn für eine Hexe? Oh, nee. Ich mache es gleich direkt die Kamera an, soweit ich sein Auto sehe. Janu hat recht. Janu meinte nämlich gerade, wir haben ja gar keine Kerze. Aber nur eine Kerze, Nubia. Guck mal hier. Oh, da habe ich jetzt keine Lust, so viele Kerzen drauf zu machen. Eine Kerze. Welche haben wir denn da? Die? Nee, nur eine, Schatz. Ich will die hier drin machen. Ich will sie drin machen. Nein, ich. Nee, die Mama macht das. Heute darf die Mama das machen, okay? Damit die sich nicht streiten, sage ich, ich mache das. So. Dann darf der Papa jetzt kommen. Carlos ist da. Papa ist da. Ja, aber hast du ihn gesehen? Ach da? Oder soll ich jetzt? Okay. Was mache ich jetzt? Bin gespannt, was er sagt. Kommst du nicht rein? Komm doch jetzt. Hier. Alles gut. Ich weiße, wieso ich lachen muss. Lüge mich nicht an. Du warst bei Penny. Ja. Warum weißt du das? Ich habe voll lachen. Wieso? Ich dachte mir, wo bleibt der Mann? Ich habe auf die Uhr geschaut und dachte mir, wo bleibt der Mann? In dem Moment wollte ich auf dem Handy schauen. Macht das dring. Und ich, was ist das? Eine E-Mail? Guckst du mal rein. Neu-Pum-Pum. Hörtlich? Hat man das schön sehen? Neu-Pum, der stand und ich so, Ach Penny. Oh Mann. Guck mal hier. Ich kann dir so sagen, wie viel du ausgegeben hast. Guck mal, hier ist sogar auch noch was. Danke schön, das ist wie sehr süß. Rosen habe ich aber schon lange nicht bekommen. Er weiß, dass ich keine Rosen so. Also ich finde Rosen schön, aber wir hören halt in den Garten. Die Guli sind so klein, weißt du? Ja, doch. Sie waren echt ganz süß. Sie hatten zwar immer wieder mal, warum nicht? Ich habe zu jedem was mitgebracht. Ja, hier die Getränke. Ich habe gerade so ein Lachfleisch, als ich das gesehen habe. Alleine stand hier in der Küche, musst du dir vorstellen. Und habe mich alle weggelacht. Und hier Jumpies für dich. Danke. Nein, lass. Sammeln. Papa, sag eins, zwei, drei. Das macht gerade die Kerze an. Das macht aber komische Geräusche. Das ist vielleicht das. Cool, das. Oh. Das war es wohl. Boah, da kommt aber viel. Ah, der Akku ist leer. Ja, und was nun? Haben wir keine andere? Doch. Hm. Jetzt sind wir hier am Laden. Schlechter Zeitpunkt, sag ich. Aber jetzt ist auch ein normaler. Ja. Normales Feuerzeug. Gut. Zweiter Versuch. So, jetzt geht's. Was singen wir denn auf Portugiesisch? Die kann ich gar nicht. Happy birthday. Happy birthday. Liebe Mama. Happy birthday to you. Dann singen wir noch auf Portugiesisch oder was? Sing du. Komm mit dem Papa. Das ist überhaupt hallo. Hallo. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Deine Mama schaut dir zu. Mary. Emanina. Who must all wear the palmer. Jetzt, guck mal, du musst es aufpusten. Ich bin immer noch im Laugh-Flash. Komm. Muss ich nicht pusten? Kann ich. So, jetzt machen wir die Kerze wieder an. Jetzt wird gegessen. Wir haben gegessen. Der war richtig lecker. Aber meiner scheint viel, viel besser. Geht plötzlich? Okay. Dem ging es nicht. Instagram hat heute Probleme gehabt. So, die Melina darf jetzt anmachen. Jan, du musst aber weggehen, ne? Du musst dann gleich da. Komm, sonst geht das nicht so gut. Das müssen wir noch erst probieren. Komm. Jetzt kann es nicht so gut. Es wird laut. Zeig mal. Ihr habt das ja eben schon gesehen, ne? Wir haben jetzt ein bisschen Spaß. Sie drehen durch. So, ihr Lieben, ich wollte an dieser Stelle das Video beenden. Wie gesagt, wollte ich jetzt für meine Familie, für uns sein. Und werde das Video nachher bearbeiten. Denn es kommt morgen schon online. Genau. Also heute ist Donnerstag. Mein Geburtstag. Morgen ist Freitag. Ja. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.